Topfgucker TV empfiehlt. Herzlich willkommen im Felix in Dresden. Mein Name ist Kira Zwerlein, ich bin die Operations Managerin hier in diesem wunderschönen Haus. Wir bieten hier für unsere Gäste ein lebendiges Konzept mit Übernachtungsmöglichkeiten und wir verbinden sie auch kulinarisch auf ganzer Ebene. In unserem Restaurant bieten wir eine japanisch-peruanische Fusionsküche, eine Küche, die man wirklich einzigartig in Dresden nirgendwo anders findet. Ich lade Sie nun herzlich ein für einen kulinarischen Gruß und freue mich riesig, Sie bald in unserem Felix begrüßen zu dürfen.